So Leute, willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Wir haben hier noch ein bisschen was zu erledigen. Und genau das machen wir jetzt. Mit Apollyon. Hm. Kann gut sein, kann schlecht sein. Schauen wir mal, ich hab mir ja Apollyon Tipps gegeben. Das Apollyon, auch wenn man manche guten Items absorbiert, und man nicht doof ist, man da tatsächlich gute Sachen rauskriegt. Also es ist tatsächlich nicht so, wie ich dachte, dass man mit Apollyon nur die schlechten Sachen absorbieren sollte. Sondern tatsächlich, dass es halt auch gute Items gibt. Nützliche Items, die absorbiert einen Vorteil bieten. Zum Beispiel den Spoonbender für Homing Flies. Wandelt das dann eigentlich nur, also entsteht da nur eine Fliege mit diesem Effekt, oder kriegen alle Fliegen den Effekt? Wenn ich jetzt beispielsweise dieses 120 Volt mache, und ich hab ne Elektrofliege. Ist das dann eine Elektrofliege? Oder haben alle Fliegen den Effekt? Und mir wurde gesagt, ich soll gucken, wenn ich das finde, das Electric Core Trinket nehmen. Das ja eine Verbindung, eine Elektroverbindung zwischen mir und meinen Familias aufbaut. Ähm, dass ich damit dann tatsächlich den, wenn ich viele Fliegen habe, viel Schaden anrichten kann. Und das ist ein Tipp, den werde ich natürlich so annehmen. Ich weiß es gerade gar nicht. Habe ich Megasatan mit ihm gemacht? Ich glaube, ja. Ich bin mir aber gerade nicht 100% sicher. Müsste ich nämlich nochmal nachgucken. Weil je nachdem entscheidet das jetzt, ob ich auf einen Angel Deal gehe oder nicht. So, haben wir ihn gleich. Da. Binky. Okay, äh. Ja. Äh. Dann guck ich mal kurz. Ne, Megasatan haben wir noch gar nicht gemacht. Stimmt. Sonst sind ja die Dings ausgegangen, ne? Die Schlüssel, beziehungsweise die Angel Deals. Ja gut, dann, äh, steht jetzt Megasatan an. Ich hätte jetzt vielleicht auch gleich gucken sollen, welchen Weg wir nehmen. Sind wir beim letzten Mal durch die Hölle gegangen oder durch den Himmel? Ich glaube, durch die Hölle. Weil ich meine, es negativ wäre da gewesen. Falls wir es schaffen, können wir natürlich auch irgendwen anders killen. Guck jetzt nochmal nach. Es tut mir, es tut mir sorry. Aber, ja, Satan haben wir gemacht. Wir haben, wir haben noch den, den Chestweg. Das, was ich in unserem letzten Jahr dann verkackt habe, dass ich in den Chest gegangen bin, statt zu Satan. Und dann habe ich es ja komplett verkackt, ne? Also von daher war eigentlich auch egal. Müssen wir sowieso dann nochmal machen. Mit wem war das? War das mit Eden oder? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Das ist schon wieder ein paar Tage her. Tatsächlich. Ich nehme mal im Voraus auf, aber es ist halt immer so eine Sache. Hm. Ja, ich nehme es mal mit. Ich glaube nicht, dass das eine gute Fliege abgeben würde. Und es ist kein Damage ab, leider. Oder? Na, wir haben aber Damage gekriegt. Dann ist es doch ein Damage ab. Auf jeden Fall ist es cool, wenn wir uns jeden 13. Gegner heilen können. Da ist die Fliege dann nämlich nur Kür, wenn wir... Wenn wir irgendwie, was weiß ich, ganz, ganz viele Herzen uns besorgen. Ganz, ganz viele rote Herzen. Und dann das einfach darüber machen. Kein Geld drin. Nirgendwo. Und keine Bombe. Das ist das Schlimmste. Da bin ich jetzt gerade so ein bisschen dankbar für das Damage ab. Oh. Ah, Dada mich doof erwischt. Da lassen wir die ganze Mini-Pup wegmachen, dass die uns nicht stört. Das Spawn einfach. Das ist viel besser als Head Charge. So, diesmal habe ich mich auch nicht in irgendeine Ecke drängen lassen. Dann geht das. So, das AP abnehmen wir mit. Den Devil Deal lassen wir liegen. Wollen ja den Angel Deal. Und dafür brauchen wir dummerweise auch Bomben. Aber egal, was wir machen, wir brauchen Bomben. Kommen wir nicht drum rum. Au. Und ich sollte vielleicht die Spirit Hearts nicht verlieren, sonst kriegen wir wieder keine Angel Deals. Aber jetzt haben wir nicht das Eucharistie, dass wir immer die Deals kriegen. Na gut, das ist kein Raum, in dem wir irgendwas absahnen können. Da kommen wir sowieso nicht rein. Ja, und da habe ich hier was verballert. Okay. Keine Bomben für den armen kleinen Wolf. Also, ich gehe in den Shop. Will ich für einen Tinted Rock in den Shop gehen? Eigentlich schon, ne? Und nicht mal hier ist es. In den Spirit Hearts zumindest. Ich hätte auch die Box nehmen können, ne? War das die Moving Box oder die andere? Ich glaube, es war die Moving Box. Weil in der Moving Box, die ist doof. Aber das andere... Gut, aber man hätte es ja auch irgendwann in die Dings verwandeln können. Na egal. Äh, würdest du bitte wieder? Danke. Vielleicht finden wir ja hier Bomben. Ich glaube, diesen... Diesen Wurm werde ich irgendwann zurücklassen. So lustig er auch ist... Es gibt bessere Sachen. Aber wir brauchen wieder einen Schlüssel. Und eine Bombe. Oder einfach fliegen. Wir müssen fliegen können und ganz viele Bomben haben. Beides. Weil die Bomben brauchen wir ja trotzdem noch für den Engel. Da kommen wir ja nicht drum rum. Okay, den Schlüssel haben wir schon mal. So, schön euch alle fertig machen. Der dann noch. Und noch einer, dann haben wir es. Und noch einen Schlüssel. Damit könnten wir notfalls noch mal in den Shop gehen. Falls wir zufälligerweise auch hier erneut keine Bomben finden. Oh, der Rune Bag. Ihr habt mir aber gesagt... Der Rune Bag gibt Spezialdinger, ne? Gut, das muss ich jetzt nachlesen. Kommentare. So. Muten, Spider, Rune Bag. Ja, Rune Bag gibt spezielle. Okay, dann probieren wir das mal. Meuterei! Da stand eindeutig Rune Bag. Da stand eindeutig Rune Bag. Und das war der Rune Bag. Und jetzt habe ich trotzdem hier keine Runen Fliege. Die unterscheidet sich nicht von den anderen. Nein. Nein. Nein, da steht Rune Bag. Tut mir leid, ich nehme jetzt leider keinen Credit mehr. Jetzt nehme ich die Hinweise leider nicht mehr an Oh, wir haben eine Bombe Nein Aber überprüft das bitte nochmal weil ganz offensichtlich gibt Runebag keine Spezialfliege sondern hat mich jetzt bloß ein Runebag gekostet mit dem ich tatsächlich sehr sehr coole und gute Runen hätte kriegen können Oh Gott, diesen dämlichen Wurm den lasse ich jetzt Okay, ich lasse ihn im nächsten Boss raun Ich weiß nicht wofür, aber ich lasse ihn einfach mal da Vielleicht kommt ja jemand anders mal hier durch und braucht einen Red Key Das ist so doof, wenn zu viele von denen rennen Oh Gott, Ecke Okay, aber wir kriegen sie mit der Zeit Es werden weniger Die eine Bombe müssen wir uns leider aufsparen So Direkt das nehmen, nicht, dass wir noch irgendwie einen Schlag abkriegen Ha, Speed Up Ne Wandel ich um Das Speed Up nehme ich tatsächlich Weil Speed Ups sind cool Also sind nicht ganz so cool wie andere sagt Das meine ich Oh, das hätte ich mir aufsparen sollen Wer weiß, was hier für Bücher liegen Keine guten offenbar Bibel The Book of Seven Sins Oder die Ja, ich benutze das Book of Secrets Nehme das auf Seven Sins mit So Und dann nutze ich das hier und mache daraus Fliegen Die leider genauso unspeziell sind wie alles andere auch Und das halte ich Pilz, das halte ich dir jetzt ewig vor Damit musst du jetzt leben Egal was kommt Halte ich dir vor Weißt du noch, dass das eine Mal als du gesagt hast Rune Bag ist gut War nicht So, eine Bombe müssen wir uns ja bloß aufheben Oh, The Moon Man, warum aktiviere ich das überhaupt Waren ja schon drin Ach, das finde ich aber nett dass ich da keine Bombe verbrauchen muss Der Raum ist dafür nicht ganz so nett Also nett ist er schon aber für uns jetzt nutzlos Hier ist der Boss Machen wir erstmal einen Boss Können wir immer noch die Rest hier eben erkunden Man merkt, ich bin ein Meister im Ausreichen Oh Piep, du gehst mir gerade gehörig auf den Sack Dieser Piep ist noch nerviger als sonst Weil er einfach viel zu viel springt So, HP ab, Shot Speed ab Ne, Shot Speed Down, Tears ab Ist in Ordnung Okay, ich will den Heiligen Gral Damit fliegen wir und haben HP ab Problem ist, ich muss jetzt mit dem Ding da in der Mitte leben Das mir halt gar nicht gefällt Weil ich kann ja eigentlich zwei Enge gleichzeitig holen Weil die Strahlen vom einen Schaden ja auch dem anderen Ja, genau So habe ich mir das gedacht Dann kriegen wir nämlich gleich zwei Schlüsselstücke auf einmal Und das lila Feuer hält sich bisher brav zurück Muss ich sagen So Damit haben wir die Flugfähigkeit erlernt Wolf hat eine neue VM gelernt Okay Da ohne Schaden gescheit dran zu kommen Brauche ich eine Bombe Aber dass wir fliegen können, finde ich gut Aber mit Fliegen wirken wir jetzt wieder langsam Jetzt hätte ich vielleicht noch Speed abgenommen Andererseits Wir haben so viele Fliegen Die müssen auch für irgendwas gut sein Oh, Lusty Blood Air Blood brings Rage Oh, und hier sitzt Greed Na ja, dann Kriegen wir zumindest Geld für unseren Schlüssel Und eine Bombe Mal gucken Vielleicht läuft's ja Problem ist halt Von der Zeit her sind wir nicht gut Also sowas wie Bosch Rush Bosch Rush Bosch Rush Oder Hush Wird wahrscheinlich nix Man muss ja auch auf die Zeit gucken Weil ich muss heute Heute wieder das Haus verlassen Ja Ab und zu Muss es leider sein So ungern man das auch macht Also ich für meinen Teil So arbeiten gehen Und so Ungern Na komm Vorteil ist In so Räumen Nehmen wir halt Den ganzen Schaden Aus dem Lass die Blatt raus Also so viel Wie wir steigern können Das Maximum Kriegen wir in so einem Raum Aber das ist ja leider nur für einen Nicht für die Ebene Aber das sind zumindest immer Die letzten Gegner Einfacher Shit Oh Gott Nächster Raum läuft schneller ab Glaube ich zumindest Oder es kommt jetzt irgendwann Ein Raum der schneller abläuft Dann wenn man es am wenigsten Gebrauchen kann Ich will doch nun den Item Room Und den Boss Raum Und den Shop Möchte hier nicht sinnlos durch die Gegend irren Kostet alles nur Zeit Was bist du für ein Ja gut Bums und Und Schlüssel Ja Kaufe ich Weil der Dull Razor Ist absoluter Schwachsinn Und ja Deswegen kaufe ich ihn Weil dann haben wir noch eine Fliege Weil wir So wenige haben bisher So verliert man seine ganzen Spirit Hearts Weil ihr euch gefragt habt Wie das effektiv geht So Schön hier die ganzen Mini Gegner killen Rebellt Ich nehme ihn jetzt mal mit Für den Speed Up Da ist der Boss Ja dann fangen wir mit dem an Bevor wir den Item Room suchen gehen Ach scheiße Ich bin ja gar nicht über irgendwas drüber War eben in Gedanken Dass ich da über einen Stein Oder einem Abgrund drüber bin Da waren wir relativ in der Ecke Aber Das hier hat sich auch Gut geklärt Ja komm mal mal Fliege raus Machen wir gar nicht lang rum Fliege Problem ist Das Item aus dem Item Room Müssen wir mitnehmen Das Straw Das Straw ist doof Und ich kann ihn nicht umwandeln Ne Ich hätte hier noch Auf ne Batterie Aber es lädt zuerst Das falsche Item auf Ja Ne dann kann ich den leider Nicht mitnehmen Ich hätte theoretisch Probieren können Oben in den Cursed Room Rein zu gehen Aber dann verzichte ich halt Einfach auf eine Fliege Und wahrscheinlich wäre das Tatsächlich eine Spezialfliege gewesen Haben wir euch das gemacht Na gut dass wir unseren Deal schon fertig haben Uh Locust of Death Sehr schön Hier ist schon Mom Time Apropos Mom Time Vergesst bitte nicht Für eure Eltern Rechtzeitig Weihnachtsgeschenke Zu kaufen Weil ich hätte auch Erst mal machen können Und mich dann raus Teleportieren Aber ich wollte es so Warum nehme ich die Piggy Bank Auch Piggy Bank ist eigentlich Ein Item aus dem ich Hätte eine Fliege Machen können Aber da ist immerhin der Stopp Dann müssen wir bloß Wieder zurück Zu Mom Finden Gut und da geht Unser Deal Für diese Ebene Der Leiter Eigentlich auch ein Cooles Item Manchmal bei den Gegner Wenn man Raum betritt Ja das bringt uns Jetzt gar nichts mehr Ich will es trotzdem haben Ich will es haben Auch wenn es uns Nichts mehr bringt Ich muss für meine Eltern Auch noch Weihnachtsgeschenke Aussuchen Ich weiß es noch gar nicht Was ich Was ich verschenke Wisst ihr es schon? Für meinen Vater Hab ich eine Idee Aber für meine Mutter Hab ich halt Gar keinen Plan Da muss ich sie mal fragen Ob sie irgendwas Gebrauchen kann Ich möchte halt gerne Auch die Weihnachtsgeschenke Dieses Jahr Ein bisschen Frühzeitig Verschenken Beziehungsweise Einkauf Verschenken Nicht Schenken Erst an Weihnachten Aber Einkaufen zumindest Schon mal Kein Deal Na gut Himmelsweg Wir haben ja den Schlüssel Einzig und allein Weiß ich Was meine Nichte kriegt Meine ältere Nichte Hat mir nämlich Mein Vater verraten Weil das wird wohl So ein Gruppengeschenk Und ich weiß nicht Ob ich mich da auch Mit beteilige Oder nicht Weil die hat ja auch An Weihnachten Geburtstag Deshalb Also wirklich 24 Sattel Dementsprechend Kriegt sie da Was Großes Aber wer weiß Ich weiß nicht Ob meine Nichte Hier die Möglichkeit Hat zuzusehen Deswegen möchte ich sie Eigentlich nicht sagen Aber es ist etwas Es gibt da bald Ein neues Pokémon Spiel Für Ich glaube nicht Dass meine Nichte Hier zuguckt Meine Nichte Hat meine Account Daten nicht Also Ich weiß nicht Wie sie mich findet Auf YouTube Weil ich auch gemeint habe Ich fluche viel zu viel Das ist noch nichts Für sie Aber an sich Auf der anderen Seite Das kommt jetzt in das Alter Eigentlich ist YouTube Ja erst ab 13 Und ich Ich vertrete auch Die Meinung Dass es erst ab 13 Sein sollte Weil einfach Ich sag mal Ich bin da ja noch Relativ harmlos Mit dem was ich hier Auf YouTube so fabriziere Aber es gibt einfach Zu viele YouTuber Die ich Jüngere Personen Einfach nicht zumuten möchte Gerade diese ganzen Beauty YouTuber Und was weiß ich Nicht alles Da würde ich meine Da würde ich aufpassen Dass meine Nichte Sowas nicht zu sehen kriegt Muss ich ganz ehrlich sagen Bin ich absolut gegen Ich finde es schon schlimm genug Dass die irgendwelche Topmodel Zeitschriften Da von meiner Schwester Gekauft kriegt Ja ich Der Wolf Der ist gegen sowas Weil das halt auch Also gerade diese Topmodel Sachen Da mit Mit Hier Wie heißt sie Heidi Klum Das ist halt Die Die Mädels lernen Da Zu machen Was sie nicht wollen Einfach nur um schön auszusehen Ja Danke Ich Ich möchte meiner Nichte Eigentlich beibringen Dass sie Sachen machen kann Die sie will Und an denen sie Spaß hat Und die toll sind Und Dass sie Alles Machen kann Was sie möchte Irgendwann mal Ich bin gerade Zu blöd Hier Steinen Auszuweichen Gut Machen wir den Boss Mr. Fred So High Priestess Übernimmt Den meisten Schaden Wir übernehmen Nur noch die Reste War klar Dass da nichts mehr Zustande kommt So wie ich hier Gespielt habe So meine Karte Möchte ich aber gerne Wieder haben Zum Glück Regenerieren wir ja auch Alle 13 Gegner Ein halbes Herz Da sollten wir Relativ schnell Wieder Auf Leben sein Aber ich glaube Den nächsten Angel Deal Können wir knicken Deswegen war ganz gut Dass wir zwei Angel Deals In einem hatten Ja Da ist er wieder weg Wie mache ich den denn Am dümmsten Platt Stimmt So Ich darf es leider nicht Die Fliegen So zu positionieren Dass es wirklich was bringt So Und zumindest ein Herz Wieder Aufschließen wollte ich Das nicht Aber wir haben genug Schlüssel Telepils So So da sind wir Leben technisch Zumindest wieder Voll auf der Höhe Oh Spider Bite Slowing Effect Ich nehme es mit Wie viel Glück haben wir denn Eins Ja das geht Zwar nicht so toll Aber es ist okay Jetzt müssen wir bloß Den ganzen Weg Zurück finden Achso Da drüben sind noch Noch Dinger The Moon Bringt uns in den Geheimraum Können wir nochmal rum Teleportieren Falls der eine Teleport Nicht genug war Komm Machen wir Aha Und er hat uns direkt Zum Bossraum gebracht Der Chariot Chariot ist cool So Ich möchte gerne Unsere Karte Obwohl Ich benutze den Chariot Für ihn Und die Karte Nehme ich mit Für Mega Satan So Hier schön Die Augen Kaputt machen Gebt ja alles Ein Damage ab Ja da macht Entlifts Die selber kaputt Können wir zu einfach Geht ja eh mit dem Mit dem anderen Hier durch Ja kein Angel Deal Schade Dann habe ich die Angel Deals Leider in den Sand Gesetzt Auf grandiose Weise Aber vielleicht Schaffen wir Mega Satan Ja trotzdem Da die Star ist Nur ein Random Teleport Will ich nicht Das ist jetzt halt Das Problem Jetzt ist alles Ein Random Teleport Weil sowas wie Item Räume Gibt es hier halt Leider nicht mehr Der geht mir nicht Auf den Keks Habt eh keine Chance Seid im Prinzip Nur kleine Damage Ups Ja 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 Nehmen wir den Bomben Geht mal gucken Geht mal gucken Ob ich da noch Herzen rauskriege Aber nö Paralysis Das ist die Pille Die ich brauche Nein Wenn wir einen Bettler Kommen Haben wir Stücke Ja Hier ist nur so So ein Mob Trap Also auch nicht gut Oh Automat Der uns coole Trinkets Karten und Co Geben kann Komm von dir Hätte ich gerne Nochmal ein HP ab Da oben Ist der Bossraum Na danke Aber immerhin Jetzt sehen wir es Choose your own path Ja Mach ich Und ich wähle gerade Den Weg Das gibt mir Verdammt nochmal Irgendwie Cancer Oder sowas Wofür habe ich Das ganze Geld Gesammelt Immer noch ein Spirit Heart Zumindest Wenn du mir schon Kein gutes Trinket ausspuckst Ja den Geheimraum Nehme ich Wo ist denn der Der grenzt Direkt hier an Und gibt uns Nochmal ordentlich Kohle Vermutlich Er wird das Oder ein Steam Cell Naja Ordentlich Ist auch Zu viel gesagt Erinnert ihr euch noch Als wir vier Glück Hatten Und die Automaten Trotz links Ausgespuckt haben Das war kacke Ich nehme den Crystal Ballen mit Den mag ich irgendwie ein bisschen mehr Das war äh Ich nehme mich dumm von mir Puberty Okay und Fails like walking Warum gehe ich hier überhaupt rein Da muss ich überhaupt nicht hin Oh Gott Das ist so ein Raum Der mir persönlich Nervosität gibt Die ich Eigentlich gar nicht haben müsste So Boss time So gleich Mach ich erst mal den da Ah Okay Naja Ich hätte Wenn die 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 Kords Dass ich da Elektro Schaden mache Mit meinen ganzen Fliegen Wäre das tatsächlich Wahrscheinlich nützlich Weil jetzt haben wir ja gerade Nicht Nicht wenige von den Fliegen Ja Ja Da habe ich nicht drauf geachtet Okay Jetzt habe ich einfach nicht gesehen Was mich getroffen hat Mann Was Bin ich denn gerade zu blöd Auszuweichen Und eigentlich muss die Fetus Angels Allesamt killen In der Hoffnung Dass es 13 sind Dass ich wieder HP abkriege Träne noch ausgewichen Aber an Isaac Sterben wir nicht Isaac ist kein Gegner An dem ich sterben will Mit ihm Mit Jakob und Esau Kann man sich's überlegen Aber mit ihm nicht Ha Er war der 13. Gegner Okay Ab in die Kiste Isaacs Heart Nee Isaacs Heart Will ich eigentlich nicht Das da Können wir drüber reden Da Können wir drüber reden So Die anderen beiden Fliegen Nein Dann habe ich ein bisschen geheilt Hier in dem Raum Wenn ich auch Schaden genommen habe Habe ich auch ein bisschen gehalten Ja Da war ich in der Ecke Boah die Last Die hält aber auch aus Ne Ja er hier ist wieder So ein HP Regenerator Es gibt halt so Gegner Die ganz ganz viel spawnen Und ein ganz ganz viel erschaffen Und man ganz viel regeneriert Ja wir sind aus diesem Raum Mit Plus rausgegangen Ja wohl ich nehme mal mit Den Den anderen Den benutzen wir Beim Megasatan Den möchte ich Für Megasatan Aufheben Ich sehe es auf mich zukommen Und ich weiche nicht aus Ich hoffe Falls man Auto Irgendwie Falsch fährt Mach ich's anders Der Bassraum ist da unten Okay die Viecher halten nix aus Das ist machbar Was bist du für eine Pille Shot Speed Up Sehr schön Oh Gott ja Das Herz ist direkt wieder weg Okay ja ich hätte mit rechnen können Habe ich aber nicht Oh ich sehe gerade Ich habe die Map aufgedeckt Durch unseren Unser schönes Bällchen Gerade noch vorbeigekommen Gut dann möchte ich auf jeden Fall Zum Geheimraum Ich weiß nicht was mich getroffen hat Aber es hat mich getroffen Unter diesem Motto steht der Tag heute Aber die anderen Räume sind uns erstmal egal Wir wollen erstmal Erstmal Blue Baby Wieder dieses Problem Mit Last Der Name kommt übrigens auch von Belastung Oder nicht Habe ich mir gerade ausgedacht Aber es stimmt auch irgendwo Äh Libra Ich nehme es mal mit Du bist Spacebar ne Okay dann ab mit dir Kann wir nun Okay das war gerade gut Kriegen wir zwar weniger Damage ab Aber dafür kriegen wir halt immer ein All Stats ab Und das ist auch cool Weil dann kriege ich auch mal ein bisschen Range raus Und das ist auch cool Weil dann kriege ich auch mal ein bisschen Range raus Mit vollem Leben Nicht wenn ich weiterhin gegen die Lust kämpfen muss Ja Weil die kosten mich jedes Mal Leben Was haben wir denn hier So tief Weiß ich gar nicht mehr was es macht Very old murder Ich glaube gar nichts Schlimmes Aber ich soll es vielleicht mal nachgucken Das ist der einzige Vorteil bei ihm Man kann sich wunderbar heilen Also auch wenn wir ein paar Schläge abkassiert haben Haben wir uns doch auch regeneriert Ich sag's ja Ich sehe heute die Sachen auf mich zukommen Und ich weiche einfach nicht aus Und ich weiß nicht warum Das ist bei Mega Satan ganz schlecht Wenn ich das mache Ich meine der spawnt immerhin ein bisschen was Da müssen wir uns auch nochmal mit der Lust prügeln Ein altes Problem Das besonders im Internet sehr sehr häufig vorkommt Ich habe immerhin spawnt da schön viele Fliegen Da ist er da habe ich mich nochmal treffen lassen Aber wir haben sogar was freigeschaltet mit ihm Seht er mal Ich möchte das mal nachgucken Ah you murder Crane Ja klar Okay Das ist eigentlich auch ganz cool Da kriegen wir 14 Dead Birds Das ist halt cool Ja weil im Englischen ist ein Schwarmkrähen ein Mörder Da habe ich jetzt nicht dran gedacht Hör auf die Fächer zu spawnen Machen doch auch nur wieder Tränen und tun Aua Żadhof Mehr Geschwindigkeit Ja ich mache auf jeden fall alle räume durch weil ich möchte gerne vollem leben daran wenn möglich aber da drüben liegt noch ein herzig gerade das habe ich gar nicht gesehen das werde ich auch brauchen vor vom mega satan und ja gucken wir irgendwo eine full health pille drin liegt it's like walking on sunshine und 48 hour energy die rules card und der moon ja gut da habe ich auf was besseres gehofft zum beispiel zwei spirit hearts noch part geht schon ewig aber man trotzdem munter weiter ohne schaden geschafft sehr schön und eine halbe spirit hat als belohnung bin bin instant am überlegen die tür aufzusprechen jetzt auch springen wehe ich krieg hier kein help ab aus dem raum ich natürlich nicht peil auch so nerviger post scheiße 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 okay ich schätze wir kämpfen jetzt mit einem erzen gegen mega satan ich hätte einfach direkt mit dem letzten boss hätte ich es machen sollen okay da habe ich ein halbes herz rausgekriegt noch ein halbes herz und die dead birds noch da sie sind noch da halleluja scheiße ach das ist ärgerlich wir hätten bald noch ein hp gekriegt na gut leute ihr lasst mir jetzt kommentar da einen daumen nach oben das war schade und bis zum nächsten mal euer wolf bis dann bis zum nächsten mal euer wolf 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 bis zum nächsten mal euer wolf